hallo hallo update nummer 17 von meinem cc3 kostüm heute sind die schuhe dran und ich dachte ich mache heute mal ein bisschen längeres video weil es glaube ich ganz interessant wird und ein bisschen experimentell ist wie ihr seht kommt heute der vacuum format zum einsatz ich mache man diese hochprofessionelle anlage an okay also die idee ist folgende gekauft und ausgestopft mit einem schuhspanner und dem kicker von heute und diese schuhe sollen mit abs verkleidet werden und zwar auf dem vakuumformtabel da stehen sie hier ist das abs sheet und da wird es gleich warm gemacht keine ahnung ob das funktioniert ich bin gespannt so 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 Also das hat erstmal erstaunlich okay funktioniert. Das Problem ist hier hinten, da war das Plastik nicht heiß genug. Das fixe ich jetzt gleich noch mit der Heatgun und hier so die Ränder auch. Schauen wir mal, dass wir das noch ein bisschen rumgebogen bekommen. Ich habe mich jetzt entschieden, den Schuh zwei zu teilen. In eine Rückseite und eine Vorderseite. Und dann mit Klettband hier am Schuh zu befestigen. Ganz einfach, weil ich ihn sonst weder Anwach auskriege. Ja, dann auf zum Lackieren. Und dann mit Klettband. Und dann mit Klettband. Und dann mit Klettband. Und dann mit Klettband. Und dann mit Klettband.